Wir wollten eigentlich noch ein paar Tage in Cordoba bleiben, aber gestern hat leider unser Quart den Geist aufgegeben. So wie es aussieht, ist das Anlasserrelais kaputt. Deswegen sind wir gestern Abend noch bis nach Malaga hier runter gefahren. Malaga ist ein Kimco-Händler und ich hoffe, dass ich dort das Anlasserrelais aus der Köln gekommen bin. Wir stehen hier ziemlich nahe an der Stadt, auf einem Parkplatz mit doch dieses Mal vielen anderen Tempo auch. Blick aufs Meer ist ganz nett hier. Aber trotz allem wird wahrscheinlich erstmal hier ein paar Tage bleiben. Ja, das Wetter sieht nicht so toll aus. Deswegen wollten wir eigentlich noch in Cordoba bleiben, weil dort noch bis zum Wochenende Sonne angesagt ist. Okay, heute werden wir mal versuchen, das Quad wieder vernünftig zum Laufen zu bekommen. Und dann geht es weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.